So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zu Escape from Tarkov und zwar geht es heute um ein Giveaway. Der Patch 09 ist jetzt gerade frisch rausgekommen und jeder möchte wieder Gamma-Container haben, verständlicherweise. Deswegen haben wir uns überlegt, komm wir hauen einen raus, beziehungsweise zwei. Den ersten hauen wir unter dem Video raus, ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, schreibt am besten rein, was ihr so in den Gamma-Container packt und so weiter und so fort. Liked das Video und wenn wir über 20 Likes bekommen, haue ich den zweiten Gamma-Container auch direkt nach raus. Verlosen werde ich, beziehungsweise die Gewinner bekannt geben, werde ich dann im nächsten Escape from Tarkov Video. Und ja, das wird denke ich mal Mitte der nächste Woche, spätestens Freitag, auf jeden Fall am Start sein. Wird es dann auf jeden Fall auch wieder in Facebook posten, damit es niemand verpasst. Und ja, Abonnement müsste man natürlich sein von dem Kanal und dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.